Ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dunkuff Knuddelmuff. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkundekorridor war. Na gut, ich werde dir helfen. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incendium! Ach, ich muss einfach runter durch, okay. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Lumos. Oh, guck mal. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa-Tentakula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Oh. Ah, easy. Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa-Tentakula. Wenn ich das heute Abend im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dunkuff Knuddelmuff. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Oh, das ist so wholesome, wenn man so rumläuft und der Good Guy ist. Mit Dunkuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Das ist so süß. Malerik. Is за mit einst six if siete Sp call. Bis bald. Bis bald, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Wir haben angefangen.